Die Arena zum Spiel Leverkusen gegen Bielefeld. Beide Teams stehen schon gehörig unter Erfolgszwang. Bayer holte aus den letzten vier Ligaspielen nur einen Punkt. Platz 10 in der Tabelle fiel und der Arminia weitergehe. Hat der Tobak, wenn da mal die Vereinsführung mitspielt. Zuerst spielt aber hier mal Bayer Leverkusen. Das ist Barbares auf Castro und in der Mitte wieder Barbares die 1 zu 0 Führung in der 9. Minute. Schön hier rausgespielt auf Gonzalo Castro und da ist dann Barbares zur Stelle. Die 1 zu 0 Führung. Hatte die besseren Chancen, die Konsequenz. Barbares 10 Minuten Verschluss. 4 zu 0 für Bayer Leverkusen. Völlig überfordert die Hintermannschaft der Bielefelder und Barbares mit seinem zweiten Treffer.